Hey, bist du bereit zu helfen? Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ich bin sicher, wir brauchen eine große Methode. Ich bin sicher, dass sie von ihnen aufgeziehen können. Wie ist die Mäle? Wir brauchen eine große Methode. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr so gut verlesene. Ich bin sicher, dass wir die Mäle überprüfen lassen können. Ich bin sicher, dass du hier nicht so leicht getrennt. Ich bin sicher, dass es nicht mehr so gut verlehen. Ich bin sicher, dass wir die Mäle, euer sind le weatheren. Das ist mit mir chairman drin. Was ist das? 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 Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Wir brauchen Probleme, sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Keine Sorge, ich kümmere, ich kümmere, wenn ihr uns dieses Mal helfen, wenn ihr uns dieses Mal wirklich hilft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020